Ich bin nummeriert. Der hat eine Utsache. Ich soll Wurder, ich Wurder über den Kopf hätten. Oh, ist das cool? Nee, ich will nicht. Das ist mir zu cool. Lebe Patricia, ich bedanke mich bei dir, dass du mich gut sorg hess. Mit diesem Is-Wurder über den Kopf. Ich muss ja nun auch irgendjemand nummerieren. Ich nummeriere Hinnock von Dorky Dog. Und den Herbert von Glan. Und den Fitsche von Dorky Dog. So, nun wird wie Moel total schreiten. Oh, Pfeffer! Ist das kalt! Oh, Pfeffer! Oh, Pfeffer! Nee! Oh, Pfeffer! Oh, Pfeffer! So, natürlich. So.